Ein Wildpark mit über 700 Tieren, aus 100 Arten, auf einer Fläche von 67 Hektar. Das erwartet euch im Wildpark Ekold. Doch hat der Wildpark im schleswig-holsteinischen Heidmühlen noch mehr zu bieten als ein klassischer Wildpark? Das erfahren wir gleich nach dem Intro. Der privat geführte Wildpark Ekold wurde 1970 gegründet und wurde seitdem zu einer Naturerlebnis- und Bildungsstätte weiterentwickelt. Der Park hat es sich zur Aufgabe gemacht, heimische Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu zeigen. Er lebt einen Rundgang durch eine tolle Natur, durch Wald, Moor und Auwiesen und entdeckt zahlreiche Wildparkbewohner wie Dammwild, Wölfe, Wildkatzen, Waschbären und viele mehr. Besonders bekannt ist der Wildpark durch seine Vogelflegestation mit der Spezialisierung auf Greifvögel, Eulen, Stürche und Kraniche. Der Wildpark Ekold liegt am Nordrand des Segeberger Forstes, mitten in Schleswig-Holstein, im kleinen beschaulichen Ort Heidmühlen. Rund 50 Kilometer von Hamburg, 60 Kilometer von Kiel und 55 Kilometer von Lübeck entfernt und liegt somit in der Nähe von allen drei Großstädten. Erreichen lässt sich der Wildpark über die A7 oder die A21 und dann die B206 weiter folgend. Genügend Parkplätze gibt es kostenlos direkt am Park. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Park jedoch nur schwer zu erreichen. Es ist möglich, ein Anrufsammeltaxi zu nutzen, dies aber nur nach Voranmeldung. Ansonsten ist man auf die Anreise per Auto angewiesen. Wir betreten nun den Eingang des Wildparks und stehen direkt vor dem Restaurant Kiekutstuben. Ein paar Schritte weiter gelangen wir dann auch zum Parkplan und wir müssen uns entscheiden, ob wir den kleinen Rundweg in ca. einer Stunde laufen oder aber den großen Rundweg in zweieinhalb Stunden. Wir entscheiden uns für den großen Rundweg und werden auf unserem Weg immer an diesen Rundweg mit Schildern und Tiertatzen erinnert. Ein idyllischer Waldweg führt uns vorbei an ersten Informationstafeln zum Seeadlerpavillon, bei dem es zwei Seeadler zu sehen gibt, den größten Greifvogel Europas. Die Seeadler bewohnen hier eine zwar alte, aber gut geschnittene Anlage. Weiter geht's vorbei an einer Eichhörnchen-Fütterungsstelle zum Lagerfeuerplatz mit einigen Grillplätzen. Hier kann man, sofern es keine Waldbrandgefahr sowie zu unserem Besuch gab, Grillplätze anmieten. Der Waldweg führt uns zum ersten Highlight des Parks, dem Rotfuchsgelände. An diesem hatten wir sehr viel Glück und konnten zwei aktive Rotfüchse durch ihre natürlich gestaltete und schön bewachsene Anlagestreifen sehen. Ebenfalls aktiv waren auch die zwei Dachse, die im angrenzenden Gehege leben. Auch hier trefft ihr auf eine naturbelassene Anlage, die ebenfalls auch unterirdisch beobachtet werden kann. Wusstet ihr, dass Dachse in unterirdischen Bausystemen leben, die auch Dachsborgen genannt werden? Diese können sogar eine Ausdehnung von bis zu 30 Metern erreichen. Im nächsten Gehege warten Steinmarder auf uns. Diese konnten wir jedoch nur in ihrem Innengehege finden. Dagegen auch im Außenbereich unterwegs war der Baummarder, der hier eine schöne, natürliche Anlage bewohnt. Der Marder kann auch von einer Holzplattform aus beobachtet werden. Wir verlassen die beiden Marderanlagen und kommen am hinteren Gelände der Wölfe vorbei, die wir leider nicht entdecken konnten. Dafür entdecken konnten wir auf der nächsten Anlage zahlreiche Wildschweine mit zu einigen Frischlingen. Für den Blick auf den Nachwuchs lohnt es sich einfach, hier im Frühjahr vorbeizuschauen. Vorbei an Wolfsinformationshäuschen machen wir einen Abstecher zum Blässwild. Eine Farbvariation der Rothürsche mit weißer Blässe und meist weißen Läufen. In freier Wildbahn ist das Blässwild nahezu ausgestorben. Und hier im Wildpark trefft ihr auf einige der letzten Exemplare, wie der Zoo-Homepage zu entnehmen ist. Wir kommen nochmals vorbei am Wolfsgehege, in dem eigentlich europäische Wölfe leben sollen. Doch leider blieb uns ein Blick auf die Wölfe verwehrt. Schade. Dennoch möchten wir hier kurz ein Wort zur Ekolter Wolfsmeile verlieren. Diese informiert sachlich über das Wesen des Wolfes und vor allem dessen Schutz. Hier könnt ihr mehr über die Lebensweise, das Verhältnis von Mensch und Wolf und den Wolf in Schleswig-Holstein erfahren. Die Wolfsmeile führt über verschiedene Wolfskulpturen, über Erlebnis- und Lernstationen, einer Wolfshütte mit Ausstellung bis hin zum mehr als 10.000 Quadratmeter großen Gehege der Grauwölfe. Täglich findet hier auch eine Fütterung des Rudels statt, um die besonderen Tiere nochmals besser kennenzulernen. Vorbei in einem Kiosk geht es nun weiter durch das schöne Osterrautal. Vorbei am großen natürlichen Gelände mit Bachlauf des Bläswilds, welches hier auch mit Wildfutter gefüttert werden kann. Nach einer kleinen Wanderung erreichen wir das Gehege des europäischen Fischotters. Auch die Tiere waren sehr aktiv in ihrem Wasserteil unterwegs und konnten von mehreren Seiten aus gut beobachtet werden. Vorbei am Haus am Bach und an der Station Lebenselement Wasser, wo ihr auf Informationen zum Thema Wasser trefft, gelangt ihr zur Anlage des Auerwilds. Habt ihr dieses Gehege passiert, geht's zur Anlage der Wildkatzen. In Ekoid leben zwei Katzen. Diese sind leider nur noch sehr selten in der freien Natur zu finden. Sie sind Einzelgänger und Dämmerungs- und Nachtaktiv. Zu unserem Besuch war es natürlich Tag und die Wildkatzen waren eher am Dösen als aktiv. Der Weg führt uns weiter über einen längeren Waldweg zum Eisvogel-Informationsstand. Hier findet ihr eine erhöhte Plattform vor, von der ihr mit ganz viel Glück Eisvögel beobachten könnt und zudem auch noch viel über die Vögel erfahrt. Wir hatten während unseres Besuchs leider kein Glück, einen Eisvogel zu sehen. Der Weg geht wieder zurück, vorbei an der Anlage der Fischotter und ihr gelangt zu einem weiteren Grillplatz und dann auch zum Sturchenhaus und zum begehbaren Sturchengehege, in dem Weißstürcher und Reiher leben. Über eine Tür geht es über einen Waldweg durch eine andere Tür ins Moorgebiet und Torfgebiet des Wildparks, in dem euch zunächst einen Weg mitten durchs Moorgebiet erwartet. Am Ende des sogenannten Torfstichs angekommen, erwartet euch das Gehege des Graukranichs. Daneben befindet sich direkt die Anlage für Schneeäulen, die wir auch während unseres Besuchs entdecken konnten. Neben den Eulen leben hier auch nochmals Weißstürcher und gegenüber ist ein Außenterrarium mit Schlangen angelegt, in dem ihr mit etwas Glück einheimische Schlangenarten wie Kreuzotter und Blindschleiche entdecken könnt. Der Weg führt uns weiter vorbei am Gelände des wunderschönen weißen Rotwills. Was für schöne Wildtiere! Des Weiteren warten auch noch die Anlagen für Zwergziegen und Heidschnucken auf euch. Zweitere sind eine bekannte alte Landschaftsrasse, die ursprünglich aus der Lüneburger Heide stammt. Vorbei am Bienenhaus mit eigener Imkerei, die viel Wissenswertes über Bienen bietet, geht's zu den Löffelern und braunen Sichlern, die auch von einem Beobachtungspunkt gesichtet werden können. Wieder zurück durch die beiden Tore verlassen wir das Moorgebiet und erreichen die Anlage des Sika und des Rotwills, die zusammen ein großes Landschaftsgehege bewohnen. Am Anfang dessen befinden sich auch noch einige Vogelvolieren mit Kohlgraben, Wuhus und Sperlingskauzen. Über einen langen Waldweg durch den Erlinggrund bahnt ihr euch euren Weg vorbei am großen Gehege des Rotwills, welches dann übergeht ins ebenfalls große Dammwildgehege. Kurz hinter der Osterauüberquerung erwartet euch dann ein weiteres Highlight. Die Flugshowwiese, auf der ihr euch täglich eine Vogelshow mit Greifvögeln und Eulen anschauen könnt. Weiter geht's zum Waschbärengehege. Dieser eine süße Waschbär hatte zu unserem Besuch sehr viel Freude beim Spielen mit diesem Reifen. Dahinter warten auch noch einige Haustiere wie Hühner, Ziegen, Esel und Hasen, sowie ein großer Spielplatz für die kleinen Besucher auf euch. Und auch weitere Grillplätze findet ihr vor, sowie ein Ententeich. Doch ein letztes Haus haben wir noch nicht besucht. Die Wildparkschule. In dieser findet ihr nicht nur einige Infotafeln rund um das Thema Wildtiere, sondern auch einige Reptilien. Hier trefft ihr unter anderem auf Bartagaben, Feuersalamander, Jemenchameleons und rote Kornnattern. Keine klassischen Wildparkbewohner, aber dennoch schön, dass der Tierpark auch über andere Tierarten aufklärt. Habt ihr die Zooschule verlassen? Geht's dann auch zurück in den Eingangsbereich und ihr habt den großen Rundweg beendet. Wie hat uns denn unser Besuch im Wildpark Ekold gefallen? Wir haben den Wildpark Ekold schon mehrfach besucht. Er ist irgendwie unser Heimattierpark, der in der Nähe ist und den man gern einfach mehrfach besucht, um zu schauen, wie sich der Park entwickelt. Der Wildpark liegt schön eingebettet im Wald und bietet gerade im Hochsommer viel Schatten und eignet sich daher gut als Ausflugsziel an heißen Tagen. Der Wildpark setzt sich mit der Ekolder Wolfsmeile sowie der Vogelflegestation stark für den Tier- und Naturschutz ein. Die Gehege sind größtenteils gerade beim Wild sehr weitläufig gestaltet und bieten Einsichten aus verschiedenen Blickwinkeln. Über das Gelände verteilt gibt es Infohütten, eine Zooschule und Mitmachstationen zu den verschiedenen Tieren. Es werden öffentliche Fütterungen und Flugvorführungen und ganzjährig eine Vielzahl von Veranstaltungen angeboten. Aufgrund seiner tollen Lage mitten im Wald ist der Wildpark jedoch nur schwer ohne Auto zu erreichen und die Anbindung an den ÖPNV ist so gut wie kaum vorhanden. Auch die überfüllten, sehr engen Parkplätze sowie die enge Zufahrtsstraße sind uns nicht ganz so gut in Erinnerung geblieben. Solltet ihr nun einen Besuch in den Wildpark Ekold planen, könnt ihr diesen von März bis Oktober zwischen 9 und 18 Uhr besuchen. Zwischen November und Februar hat der Park zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. An Veranstaltungstagen wie beispielsweise den Dunkel-Munkel-Nächten oder den Ekolder Wolfsnächten ist der Park länger geöffnet. Erwachsene zahlen 12,50 Euro Eintritt. Ermäßigte Eintrittskarten für Schüler, Studenten oder Senioren kosten 11,50 Euro. Kinder zwischen 4 und 16 Jahren zahlen 11 Euro. Kinder unter 4 Jahren kommen kostenlos in den Wildpark. Eine Familientageskarte kostet 42,50 Euro. Im Wildpark können entweder Grillplätze angemietet werden oder ihr könnt auch das Restaurant Kikotstuben besuchen, welches ein reichhaltiges Angebot an Snacks und Getränken bietet. Zudem sind im Wildpark auch mehrere Imbissstände zu finden. Für Kinder gibt es einige Spielplätze im Park. Der größte ist der Spielplatz mit Streichelgehege. Hier sind zudem eine Kletterwand, eine Tauschhaukel sowie Rutschen und Hüpfkissen vorhanden. Im Park gibt es immer wieder die Möglichkeit, Spielstationen zu entdecken. Dort kann balanciert, geklettert und gehüpft werden. Der Tierpark bietet zahlreiche Veranstaltungen, wie beispielsweise die Wolfsnächte und auch private Führungen an. Und auch eine tägliche Flugshow kann besucht werden. Zudem können tägliche Fütterungen von den Fischottern, Füchsen und Wölfen besucht werden. Wart ihr schon einmal im Wildpark Ekeolt? Falls ja, wie hat euch der Wildpark gefallen? Schreibt uns eure Eindrücke doch gerne in die Kommentare und lasst uns ein Like und ein Abo da für noch mehr Zoo-Content. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, von nah zum Zoo.